Roger Federer, danke für uns. Ihr seid ein Mitglied der Welt, der viele Sprachen spricht. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Welche Sprache? Auf dem Platz denke ich eher auf Schweizerdeutsch oder auf Englisch am meisten. Französisch am wenigsten, denn das ist die Sprache, die ich zuletzt gelernt habe. Darum kommt zu mir immer erst entweder in der Englisch oder der Schweizerdeutschen Kropf. Welche Sprache trägst du in? Ich freue mich sehr auf Schweizerdeutsch. Aber ich kann mir oft nicht vorstellen, was mein Römer war. Das ist vielleicht auch eine gute Sache. Welche Sprache trägst du mit deinen Kindern? Mit meinen Kindern? Ich spreche Englisch, weil meine Mutter ist Südafrikaner oder Swiss-Germaner. Ich habe nicht angefangen zu sprechen mit ihnen. Aber Mirkos Eltern sprechen Slovak. Wir werden sehen, welche Sprache sie auf der Straße nehmen. Welche Sprache ist die materielle Sprache? Welche Sprache würde ich lernen? Ich habe versucht zu lernen chinesisch ein bisschen, pendant eine Stunde. Das war nicht einfach. Aber ich liebe auch die Schweizerdeutsch. Ich finde es ziemlich lustig. Aber ich war in der Schweiz schon ein paar Wochenende. Ich habe auch versucht, mich zu erinnern, was ich mit meinem ancien Trainer gelernt habe. Das sind vielleicht zwei Sprache, die ich finde es ziemlich lustig. Oder Italien, weil wir auch in der Schweiz sprechen. In welchen Sprachen gibt es die besten Schimpfwörter? Ja, die besten Schimpfwörter, die solltest du eigentlich gar nicht kennen. Aber ich glaube, in jeder Sprache gibt es schlechte. Es gibt ja keine guten. Also von daher probiere ich gar nichts auf allen Sprachen. Thank you, merci und dankeschön. Dankeschön.